Sie haben es nie im Stift gelassen und Sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play God of Warcraft. Wir sind letztendlich hier stehen geblieben. Der gute Alterius ist mit Odin unterwegs und joa. Es geht aber weiter. Es muss schon cool sein Odin zu sein. Man kann sich einfach immer teleportieren. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Machen wir 30. Dann sind wir ruhig neue Kleine. Ja, ich bin sehr, sehr dreckig. Odin. Nach all den schrecklichen Dingen, die ich über Odin gehört hatte, hätte ich nie erwartet, dass er sich mir gegenüber so respektvoll verhalten würde. In der Hütte, als er mich nach Hasgad einlud und seit unserer Ankunft hier scheint er wirklich interessiert daran zu sein, wer ich bin und was ich denke. Ich weiß, dass ich ihm nicht allzu sehr vertrauen kann. Aber es ist schön, dass mir jemand zuhört. Ich fühle mich in seiner Nähe sicherer, als ich dachte. Mal sehen, welche Antworten er für mich hat. Aber das ist doch typisch der Onkeltrick, oder? So, weil ich meine, er ist ja nicht mein Vater. Das ist typisch, er kommt so zu Besuch und so quasi der Onkel. Das ist der Onkeltrick. Der versucht jetzt nett zu ihm zu sein, damit er, ne, es ist... Ich glaube, Loki und auch dieser Odin sind beide irgendwie... Die Mann durch polieren beide. Habe ich schon das Gefühl. Ich könnte es mal anprobieren. Zulindest weniger dreckig. Asen-Uniform. Schön. Asen-Bogen. Run-Laufladung. Ja, wirklich nützlich. Mhm, interessant. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Klamotten, Rüstung. Okay. Bro, die Uniformen, die sieht echt geil aus. Die benutze ich mal. Ähm, joa. Achso, ich verstehe schon. Die benutzen wir mal beide. Ich glaube, das ist super, sehr, sehr gut. Waffen. Ähm. Bogen. Bogenfähigkeit. Okay. Hm, gut ausgestattet. Dann fange ich an. Asen-Bogen. Machen wir mal. Machen wir auch mal kein Bessern. Ähm, wir benutzen den. Aus Spaß. Wir gucken, wie der ist so. So. Alles super. Gut. Ähm, Spezial. Ah, okay, das haben wir. Ja, okay. Jo, passt. Wie ich mal sagen, gehen wir. Ich meine, wir können uns auch hier ein bisschen im Zimmer umschauen. Ist ein großes Zimmer, by the way. Erinnert mich an mein altes. Ziemlich groß schon. Na, größer. Größer als mein altes. Er sieht geil aus. Sieht geil aus. Er hat auch so das Gefühl, dass Odi mich hier gut behandelt. Aber trotzdem, ich glaube, er ist trotzdem... Er manipuliert halt. Genauso wie ich. Wow. Wow. Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah. Oh, dann. Dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. True Toast, Otter. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Oh. Das richtet jemand her. Okay. Also, äh, was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walküren-Ausbildung. Die Walküren-Ausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Wenn bereit, den Altvater in Arbeitszimmer aufsuchen. Nee, wir können ruhig etwas reden. Ich meine, ich genieße es jetzt so ein bisschen. Das feiere ich hier. Wie wird man deine Walküren? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ah. Jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du brauchst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Okay, sie hasst mich. Ist aber auch verständlich. Ich habe ihren Sohn und gewacht. Mütter, hm? Willst du dich noch ein wenig umsehen, oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Ich habe da hinten meinen besten Freund gesehen. Ja, hier, ihn hier. Wenn ich aus euren erbärmlichen Imponie gehabe, doch nicht errat. Oh? Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Helmdal gehabt? Gehen wir. Und wo weißt du, was er mit mir gemacht hat? Naja. Hör mal. Was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh. Ja, ich... werde mich anstrengen. Oh. Das ist mein Zimmer. Früher war es Magnis. Ich steige wohl auf. Ja, und Magni, der lebt auch nicht mehr. Was haben wir denn hier? Du solltest Forsetti nicht bei Helly. Er hat viel zu tun. Äh, okay, ich habe verstanden. Hier hat Badr übernachtet. Wenn er mal geblieben ist. Da würde ich auch mal gerne rein, aber es ist leider zu. Dort schlafen Mutter und Vater. Schon mal ein Donnergott schnarchen gehört? Denn das wirst du. Oh. Ja, rest in peace. Gut, dann gehe ich einmal hier lang, glaube ich. Zu Odin. Bis später. Bis dann. Das ist eine Nette. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich. Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugen. Ey, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krechzen und, und, und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es in meine Augen gesehen. Das alte Ding. Hm, das habe ich seit, ach, der weißt das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Wie gesagt, denkt an meine Worte. Onkeltrick. Jetzt kommt das coole Geschenk. Das ist, das ist so safe, irgendwie so, ja, Manipulation, ich sag's doch. Kein Geschenk. Ich sag's doch, Manipulation. So habe ich das Gefühl. Zumindest. junto Dancefreund. Okay. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will antworten. Ich glaube, ich mag es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. göttlichen trost wir beide wissen das ist reine täuschung aber wenn wir fragen haben warum sind wir hier um den sterblichen sinn zu leben während wir selbst ohne leben nein wir sind mehr als das und ich habe den beweis dafür entdeckt ich hatte keinen bock das zu lesen in dem moment was ist es was mich antreibt du spürst es oder ich fühle wissen wahrheit jede wahrheit alle antworten wir könnten erfahren warum wir hier sind lernen unser schicksal zu ändern und mag nur aufhalten vielleicht die retten die wir lieben wie ich war ein junger gott als ich es fand ich habe es viele lebensalter studiert folgte jeder spur selbst den aussichtslosen und fand schließlich nach langer suche dies hier siehst du es ist eine mystische energie da ist ein spalt können wir da hinein oh damn wo ist die kaputte maske erkennst du eine der schliften da rauf die sind nicht aus den neuen welten schwehlend obsidianis peter aus schwehlender erde und obsidianfunken und einem feld an nie geschlagenen schlachten bist du sicher wenn das ein hinweis ist verstehe ich ihn und er wäre arbeite weiter mit mir und find's raus du musst niemanden umbringen du musst nicht dein vater verraten oder dich selbst kaum schauen ich weiß was du gefühlt hast die antworten sind da drin warten auf uns du hast diese übersetzt als wäre das ein kinderspiel wenn ich dir helfe was dann tor komm mal her du hast das sein oh find er raus wo das herkommt nimm es an diesem schleichenden fleischwerk und schau wo es dich hinfährt ich kann nichts versprechen und fehler fang und so sei nachsicht verstanden als ob jetzt mit vor zusammen das ist ja ich ich mag ihn nicht so ich weiß nicht ich feier den also wohin gehen wir der ist riesig dann woher soll ich das wissen der heilvater glaubt und weiß was du tust also tu es hat das gesehen wie der bauch wackelt episch die maske als wegweiser die maske ist aber auch auf TLC abgestellt und strahlt Licht also in einem richtigen Wegweiser okay seltsam ahja tja wir müssten wohl durch den Felsen mit diesen Armen ey was wissen du ich glaube der ist jetzt auch nicht so wirklich mein Liebling also der mag mich jetzt nicht auch wow was geht hier ab ok drücken sie die Vierecke um Ingrids Angriffe zu lenken oh Ingrid alter oh Ingrid nicht schlecht du könntest helfen oh 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 boom sag was sagst du jetzt vor jetzt gehen das sag ich dir gleich das sag ich dir gleich Alter diese will sieht aus auch nice aus da oben wir könnten deinen Vorsprung erreichen wenn wir zu langsam hey waaah du kannst nicht Leute so schnappen du kannst nicht du kannst nicht Leute so schnappen das soll ich denn sonst nicht werfen okay okay der Tag ist noch hier so wer ist weg oh ok der ist weg oh 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 So, vielen Dank. Weißt du, ich habe von deinem Vater das Publikum bekommen, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Noch nichts. Was meinst du? Ich würde da, dass wir den Allvater nicht warten, da du ihn erwähnst. Die Maske. Ja. Vielen Dank. Wir müssen durch diese Felsen. Okay. Hey, kannst du... Also wie gesagt, ich glaube, Thor mag mich nicht allzu sehr, so wie einige hier. Ja, genau. Stell dir mal vor, was dir die Knochen anstellt. Du willst lieber Blutgeld leben? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamu, Nungi, sie waren auch deine Leute. Diese Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Wie viel habe ich jedes einzelne ihrer Opfer genossen? Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich hier alle Franzotischprüfungen gemeistert. Könntest du... Wechseln dich nicht rein. Oh, ein brennendes Eichhörchen. Geil. Oh... Oh... Ein paar Probleme, aber er war mein Sohn. Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu lügen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Okay. So. Ziemlich leise werden wir machen. Oh Gott. Okay, der ist weg. Der ist in die Lava gefallen. Der ist in die Lava. Ja, in welche Richtung zeigt wohl die Maske? Also sollen wir das jetzt noch machen? Ich glaube, wir machen es in der nächsten Folge. Ich sehe mich hier nur ein bisschen nochmal rum. Ich verstehe vielleicht die ein oder andere Vase für Haxilber. In der nächsten Folge, Thor, beruhig dich mal. Ist das da? Hallo? Scusi? Jetzt. Haxilber, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Gut. Ne, was anderes. Zwergenstahl. Ja, ich weiß schon, wie ich die Maske ausrüste. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Schaut auf jeden Fall bei Thor vorbei. Hat die Maske eine Richtung für uns? Keine Ahnung, was das sollte. Bis dann, ciao.